Musik Geh Tante Rosa, was hättest du denn schon wieder gebraucht? Grüß dich Marie, mein Telefon ist schon wieder kaputt. Tante, das ist die Fernbedienung vom Fernseher. Ja, dann hast du mein Telefon schon wieder gestohlen. Geh, wenn hättest du ihn gern angerufen? Komm, einer. Meine Mama hätte jetzt schon Kaffee reingehen. Die Mama. Respekt ist, im Gespräch bleiben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020